Wo kann ich jetzt in einem Programm Prozeduren definieren? Definieren kann ich Prozeduren vor oder hinter der Main-Funktion bzw. der Main-Prozedur. Wo ist mir überlassen? Definitionen, das wird hinterher noch erweitert, sind aber im Moment Prozedur-Definitionen. Die Main-Funktion oder Main-Prozedur, die kennen wir schon. Das ist Void, Main, Klammer auf, Klammer zu, Prozedur, Rumpf. Wenn Sie genau hingeschaut haben, dann haben Sie sicher auch schon bemerkt, dass diese Main-Prozedur oder Main-Funktion, die wir ja schon kennen, letztendlich auch nur eine Prozedur ist, so wie wir sie gerade kennengelernt haben, was die Neudefinitionen von Befehlen angeht. Deswegen, wo hier welche Prozeduren definiert werden, in welcher Reihenfolge ist denn Java bzw. im Hamster-Modell prinzipiell egal. Was nicht erlaubt ist, ist, dass man innerhalb von Prozedur-Rümpfen neue Prozeduren definiert. Man nennt das auch Schachteln. Eine Schachtelung von Prozedur-Definitionen ist in Java und in der Hamster-Sprache nicht erlaubt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.